Okay. Man, man, das dauert aber eine Ewigkeit, bis das Ding wieder nach oben kommt. Und runter! Ganz knapp. Und hier ist er. Das Orakel. Antaro, Adun! Bist du der große Oracle? Hmmm... Es ist lange Zeit, dass ich hier einen Stranger sehe. Ihr Gesicht sieht familiar. Und so ist deine Sprache. Natürlich! Ich weiß, wer du bist! Mit einem anderen Kreaturen, du mich verwirrst, junger Stranger. Ich bin Yogurt. Entschuldigung, ich verwirrst dich mit einem großartigen Lehrer von meinem Welt. Well, nicht meine Welt, aber einer, der in einer Galaxie weit, weit weg. Strang. Du und deine Sprache sind... Warum bist du für den großen Oracle? Hm? Welche Fragen brauchen Antworten? Ich weiß, ich weiß genau, was meine Mission ist in diesem Kastel. Ich meine, ich weiß nicht, was ich muss machen, weil in dieser Hallucination, wir verabschieden haben, den Inn und der Hütte, der mir sagt, die Mission. Hallucination? Du denkst, dass deine Leben eine Hallucination hier ist? Natürlich. Ich war ein RPG-game mit meinen Freunden, und plötzlich kam ich hier, in diesem Kastel. Es gibt diese Hütte eine Art Drogen in meine Drink. Es ist strange, deine Geschichte. Deine Mission, ich weiß. Wirklich? Was ist das? Was muss ich machen? Das ist... Es handeln. ... 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 Was? Clean your shelves? What do I look like? A maid? Also, for some coins I ask. If coins you obtain, your mission I will reveal. Son of a bitch. And he wants to be paid. Fucking greedy Oracle. This is so not epic. Neo didn't pay shit and didn't have to do chores when he went to see his Oracle and he was given cookies. He is a phony. He is trying to scam you. I hope you are not stupid enough to believe him. If you believe the Oracle, clean the shelves and give him 30 coins. If you think he is lying, you can abandon the quest in the quest section from the game menu. Hmm. I wonder if I can even do this one. Actually, if we go in for example, I would go here I would go here I would go here and give him, I don't know, a lot of money but I think... Oh, I don't know. Oh, I don't know. Oh, I don't know. Oh, I don't know. Ich weiß, wo ich hin muss. Fangen wir jetzt erstmal an, durch die ganzen Orte zu gehen. ... ... ... ... ... ... Ah, genau. Und für sowas habe ich mir die Rollen geholt. Es gibt noch eine Box! Was ist in dieser? Diese Box hat den Spirit der Todes. Wenn du sie mit ihr wirst, wirst du sterben und in den Unterwelt gehen. Wenn das so wahr ist, dann würde ich mich nicht warnen. Okay, dann? Wir sprechen mit ihr. Ich muss nur... du... 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 Fühlschmortel! Wie darfst du mich überflanzieren? Fühlschmortel! Wie... du... du mit deinen Worten! Okay. Kapla! Ich bin ein Servant von Harnakon. Er hat mich hier gebracht, weil du mir etwas hast. Ich bin Piraten, der pure Spirit von Feuer. Ich werde dir die Geheimnisse von Blaine geben. Ich werde dir meine Wunschung, ich muss es in der gleiche Weise, wie die Mörder für Metall. Ich werde die Wunschung der Herrschmortel ausführen. Ich werde dir die Wunschung ausführen. Ich werde dir die folgenden Wunschung ausführen. Die Essenz der Red Magie. Viele Kreaturen haben diese Essenz. Es ist die Macht von Blasch und Blasch. Bring mir die Essenz der 20 Kreaturen. Die Anvil. Die Anvil. Symbol von Kraft und Resistenz. Die Anvil ist verletzt mit jeder Strik von Harnakon. Aber es ist nicht entschuldigt. Die Anvil. Eine große Schmerung wird die Erne eine Schmerung. Ich gebe mir zerstören. Estat proche 30 Kräfte Knopper. Die Wind. Das Ziel erzeugt. Die Leber. Die Schmerzen erzeugt die Kräfte des Wunschruss und der Übrige in den Räumen. Der Verstand vonFE ist die Flachen der Friede. Die Steine. Die Steine ist die Hand, das es schlagt. Das Rolle gesucht. Das Sammatz, das ist die Verwarn im Leben. Ja ja ja, unten rechts wird uns die Mission ganz nett angezeigt. Rote Essenzen haben wir gerade mal fünf. Egal hier kriegen wir schön viel und wir sollten noch mehr sammeln, als wir benötigen. Weil wir brauchen rote Sensen, um überhaupt die Magie einsetzen zu können Dann gehen wir jetzt mal hier hin Ist nett, wie oft wir speichern Oh, dass ich es überhaupt hier geschafft habe Die Rolle des Lagen, Kampfmeisterschaft und Ring des Schützen Nice Und so So, stimmt, ich bin gestorben Deshalb wurden das automatische Speichern vermutlich nicht gespeichert Aus automatischem Speichern wird nicht gespeichert Ich werde euch am Ende noch zeigen, wie man hier am besten die 18 Sekunden hinkriegt Oh, die ist aber hartnäckig So Das Schwert ausrüsten Seht ihr, wie schön oft es speichert? Und das hat man damals nicht gewusst ohne den Ring Das hat einfach irgendwann gespeichert Es speichert nicht immer so großzügig wie jetzt Oh, der ist schlanker gesessen Im schwierig Modus Und im sehr schwierig Modus Da speichert er es nicht Ich hatte voll erleben Wie hat er das geschafft? Lasst mich das mal anders versuchen Das ging daneben Au, das ging daneben Das ging sowas von daneben Au Haha Uh oh Nein Nur mal die da oben Ich bin mehr gut zu haben Ich bin noch nicht gut genug Das steht auf jeden Fall schon mal fest Rücken, Speere, Äxte, Streitkolben Stimmt, ich hatte noch einen weiteren Streitkolben gefunden Und den getauscht Oh, oh Das konnte ich mal nutzen Yeah Stark Stark ich sein Oh, was hat die da unten Ich merke Da oben Ist das ein großer Herz? Ah, ein Blasebark Warum haben die Blasebarket? Wir brauchen nur einen Also Verkneife ich es mir mal Den Rest mitzunehmen Aber da oben ist noch etwas Was wir brauchen Was ich aber nicht mehr holen kann Hi Ja Normalerweise mache ich die von der anderen Seite fertig Oh yeah Was haben wir hier? Oh, Regeneration Den werden wir noch benötigen Für ein bestimmtes Eine bestimmte Aufgabe Eine verdammt schwierige Aufgabe Schon das hier in der Miss Äh, in den Minen Ohne richtige Heilung Oder ein schönes Level Das schafft man die eigentlich nicht Sie ist impossible Was haben wir hier? Oh, der Hammer des Schmids Hä? Oh, dann ist da oben was anderes Als ich gedacht habe Ich dachte Oben finden wir den Hammer des Schmids Mann, Mann, Mann Was für Moves du hast Also runterjumpen Und ihn von hinten erstechen Dann sind wir hier Cheats Dann machen wir erstmal so weiter Oh Der Dissalus ist so schwer Der würde mich angreifen Wenn ich ihm jetzt einfach näher komme Und dann angreifen Und dann machen wir das 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 Vielen Dank.